Hi Mädels! Hi! Hey, what's good? Ich habe jetzt gerade angefangen ein paar Sachen bei Ebay zu verkaufen, damit ich meine Rücklagen nicht anzapfen muss. Rückwas? Irgendwie sieht der komisch aus. Der sieht doch komisch aus. Ne, weiß man nicht. Ne, eigentlich wie immer. Ne, der riecht auch komisch. Letzte Woche hat sogar jemand meinen alten Sandwich-Maker gekauft. Ja, viel besser. Geil! Einhornprinzessin92 hat gerade meinen Cowboy-Hut für 45 Euro ersteigert. Ich gehe dir mal direkt verpacken. Okay, tschüss. Bis dann. Schönes Wochenende noch. Heute ist Dienstag.